so hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von football manager 2019 bei mir im kanal mit dem journeyman muss mich vielleicht ein bisschen entschuldigen ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen zu diesem zeitpunkt was es mir nicht möglich macht dass ich vielleicht ein bisschen euphorische bin oder so aber ich glaube das braucht ihr nicht nichtsdestotrotz ist es trotzdem weitergegangen weil mich einfach mein safe so dermaßen inspiriert und zu der wassen viel freude bereitet mit livor noch natürlich ich habe meinen vertrag verlängert bei livor noch ich verdiene jetzt um die halbe million im jahr hat meine trainer lizenz ausgebaut vor kurzem also ich bin als trainer auch gewachsen wenn man das so sieht kann man ja auch gleich dazu schauen aber wir gucken zuerst auf die ergebnisse die waren und zwar das letzte spiel war gegen sparta prag das wird 2 zu 1 gewonnen haben in unseren allerersten europa cup spiel dann ging es zu also zu hause gegen samtoria genua und kann das sieg 3 zu 0 emanuele torrassi korenti und koradi mit den toren dann dachte ich mir auch die saison die beginnt super und spitzenklasse ulinese jetzt kein großer gegner dachte ich mir das musst du doch gewinnen können und dann kamen dritte minute 1 zu 0 kamen sechste minute 2 zu 0 mache ich mir ach du heiliger stroh sagt was passiert jetzt an 25 minuten das 3 zu 0 und dann wurde ich wieder ein bisschen auf den boden der tatsachen geholt dass wir trotzdem nur livor nur sind unter anführungszeichen ulinese natürlich mit dem 3 mit der 3 zu 0 führung nicht mehr so agil auf dem feld carlo brunelli dann in der 32 minuten mit dem 3 zu 1 und ja dann dauert es ewig bis dann capellini kurz vor schluss noch den anschlusstreffer erzielt hat aber es hat nicht gereicht für den ausgleich und ja die erste niederlage seit etlichen spielen dann wieder mal und ja palermo dann als nächstes die hatten wir dann relativ gut unter kontrolle da 4 zu 0 kanter sieg zu hause das sprach dann für uns levante dann auch auswärts besiegt mit 2 zu 0 europa cup dann kamen zwei unentschieden gegen spal ja das waren unentschieden da da konnten wir uns beide nicht aufraffen bologna war schon ein bisschen anderes kaliber da hätten wir gewinnen müssen hatten aber dann leider gottes pech mit dem elf meter noch kurz vor ende leider gottes weil das hätte uns in der tabelle auch gut getan nichts desto trotz geht es dann heute gegen krass nur da ich glaube ukraine ist das und ja wir gucken mal auf die tabelle und auf die tabellen mittlerweile schon livana liegt auf dem sechsten platz durchaus ok würde ich behaupten mein unser ziel ist natürlich der klassenerhalt das ist klar da arbeiten wir auch darauf hin im europa cup im euro cup warum ist das falsch geschrieben führen wir die tabelle an mit krass nur da und das ist eigentlich jetzt das top spiel im europa cup für uns jetzt also für die kleinen vereine der italien cup der ist noch nicht mal ausgelost das heißt das geht da geht es noch nicht weiter ja was gibt es noch zu berichten wir sind ja schon am 24 oktober wir gucken zuerst ich habe es versprochen mein profil wir gucken uns unsere profil an mein profil je nachdem da könnt ihr alles noch mal im überblick sehen wenn du das irgendwie anhalten wollte stoppen wollte euch genauer angucken könnt ihr gerne machen wenn seit 2021 bei livana so wir haben uns ein bisschen verbessert würde ich jetzt mal behaupten aber das geht natürlich noch viel viel besser das weiß ich was gibt es noch vereins technisch die ausbauten die sind alle irgendwie abgeschlossen aber hier geht es nicht höher als wie exzellent was ein bisschen ein problem ist was haben wir noch hier sieht man es wird die jugend einrichtungen werden verbessert der rest eigentlich noch nicht was haben wir noch genau wir sind schon relativ spät in also wir sind mitten in der hinrunde das sind unsere statistiken da könnt ihr auch gerne mal pausieren wenn ihr euch das genau an gucken wollt aber mich geht mir geht es jetzt um die kadertiefe um die planung für das für die nächste saison und das ist sie die mannschaft der nächsten saison also das erste jahr in dem ich mal nicht viel machen muss eigentlich sonst in der stammtorhüter der wird auch nächstes jahr wieder stammtorhüter sein der backup ist full an der uns immer noch erhalten bleibt als backup und so wieder aussieht ist auch mit der rolle zufrieden ja auf der linken verteidiger position rang kate und fontana bank hatte kommt jetzt aus seiner verletzung wieder zurück wird langsam wieder aufgebaut fontana entwickelt sich super weil der spielt jedes spiel weil eben rang kate verletzt war möglicherweise streiten sich die dann um die links verteidiger position feisern in dem zentralen linken verteidigungs verbund marotta dann sein backup oder wie auch immer für die nächste saison haben wir hier den verliehenen zur kultur verliehenen sehr da wo ich noch überlege ob ich den dann als backup oder wie auch immer bringe aber vermutlich schon ich glaube der ist dann schon so weit aber wir werden uns noch um einen kracher bemühen müssen müssen hier auf der verteidiger position weil die verteidigung im großen und ganzen noch sehr grün hinter den ohren ist und das eigentlich derzeit vom kollektiv der mannschaft das schlechteste ist was wir haben trotz dessen genoese wieder auf der auf der rechten seite der sich noch ein bisschen verbessert wobei guckt euch das potenzial an das ist richtig eingesackt da ist nicht mehr viel da haben wir ein bisschen verschlafen mit der entwicklung oder der verein doch nicht so gut für die entwicklung auch hier bei giacomo fontana ist es ein bisschen eingebrochen er muss ich noch ein bisschen entwickeln vielleicht wird ja noch zentral defensiv massango und gormes streiten sich darum ihr könnt halt immer wieder pausieren wenn ihr euch die spieler genauer angucken wollt gormes ist halt ein absoluter top spieler das ist ein superstar sondergleichen bei uns im team genauso wie torassi und der werdegang ist ja auch gewaltig paris manchester city dann wurde ein bisschen ausgeliehen dann bayern leverkusen dann wie das manchester city enter und zum schluss haben wir uns den gekrallt also ich finde den bombe und er wird noch ein bisschen besser werden genauso wie auf der anderen seite emmanuelle torassi mit seinen 25 jahren jetzt das sahne stückchen im zentralen mittelfeld und er ist fanliebling er ist superstar s konstanz er ist alles was man sich nur wünschen kann fernandes sein sein backup oder backup er ist eigentlich auch gut und entwickelt sich noch als er könnte auch noch aufschließen zu torassi wenn er sich anstrengt natürlich ist alles noch möglich linkes mittelfeld spalek gefällt mir gut vom spiel her ich glaube der könnte auch noch ein bisschen besser werden beziehungsweise sich ein bisschen mehr an das system gewöhnen dann wird er auch besser brunelli kennen wir mittlerweile schon der ist auch extrem gut geworden und kann auch noch viel viel besser werden korente der junge ja er ist gut hat nicht mehr so viel potenzial aber ich glaube es wird nicht reichen für ihn auf lange sicht bei uns im zentralen mittelfeld natürlich gesetzt mein lieblingsspieler giacomo pietro mara eine durchschnittsbewertung in der euro league von einer 8.2 und er kann sich natürlich noch um einiges steigern und das wird auch noch und kurs ist leider verletzt muss man schauen aber der vertrag ist lange genug und ich finde den auch gar nicht so schlecht man muss halt gucken wie es dann nach seiner verletzung aussieht inwiefern inwiefern er sich noch verbessern kann auf dem rechten flügel das garb ohne entwickelt sich fabelhaft spielt auch eine richtig gute saison und da der streitet dann mit rogero bassi darum der sich auch extrem gut wieder entwickelt um den rechten flügel also die die jugend forscht hier wirklich weil die waren und die dürfen auch forschen vorneweg dann tommaso koradi unser stürmer der dann in der nächsten saison auch noch hier sein wird und capellini der auch kurz vor einer verletzung zurückgekommen ist da müssen wir auch gucken dass wir die jungs dann zusammenhalten also das ist die kanerplanung für das nächste jahr unser sorgen könnt innenverteidigung das werden wir mit unserem verfügbaren transferbudget das wir noch haben gute 10 millionen vielleicht finden wir da einen der günstig rüber geht der uns dann nächstes jahr noch viel mehr innenverteidiger power bieten kann warum was ich mich noch gekümmert habe ist projekt mitarbeiter projekt ich musste meine excel liste vom laptop kurz umschwenken projekt ja training sagen wir mal so ein individuelles training training generell ich habe den trainerstab erweitert ich habe den trainerstab angepasst ich habe den besten trainerstab in etlichen disziplinen sagen wir mal und ich werde da noch weiter dran basteln wenn der u20 genau dasselbe das sind wir auch relativ gut bestückt und in der u18 ja gut da sind wir noch nicht so gut aber das wird auch noch mit den jahren denn ich kann nicht alle raus schmeißen und besetzen das geht einfach nicht also wir werden die besten der besten wir wollen die besten der besten werden und da müssen wir halt hier auch ein bisschen rein grätschen genauso wie das scouting da ist es auch so ich mache das scouting ich stelle die scouting aufträge ein wie hier zum beispiel weise die scouts zu und ich konzentriere mich natürlich vorwiegend auf italien wie man hierdurch und schwer erkennen kann ich will alle talente kennen ich will alles wissen was in diesen liegen bis runter zur c passiert und ich habe mir als zweiter stand bei in osteuropa ausgesucht da wo ich mir hier palermo ein bisschen ein paar youngsters suchen soll aber italien ist mein fokus wir sind italienische mannschaft und ich möchte jeden italiener kennen ist ja logisch na gut wir schauen weiter spielvorschau gegen krassen oder was erwartet uns auswärts ich weiß es nicht wir werden das gucken das angucken und wenn wir gewinnen dann sind wir schon mit einem großen schritt in der nächsten runde mit livorno was mich natürlich richtig freuen würde und ja ich melde mich wieder sobald wir im spiel sind bis gleich so und da sind wir mit unserer aufstellung und die aufstellung des gegners im europa cup auswärts gegen krassen oder und da gehen wir auch gleich rein genau wir wissen unsere stärken und zeigt ihnen aus welchen holz wir geschnitten sind das soll die devise sein für dieses spiel und da gehen wir auch so dementsprechend rein mit einer guten elf würde ich mal meinen ich meine bei uns sind alle spieler ungefähr auf dem selben level nur die verteidigung bricht ein bisschen weg vom gesamten her die müssen noch ein bisschen zulegen aber die sind jung und talentiert da mache ich mir glaube ich keine sorgen auf die denn in der zukunft entwickeln sich auch die werden auch potenziell stärker und da gibt es schon eine verletzung ich möchte mich wieder sobald es gibt ja wir kommen zu gute chancen das ist das ist ja gefällt mir soll ich eigentlich eine zeigen man sie wird nicht gezeigt aber hier einwurf roberto fontana mara und einmal brunelli brunelli und das meine ich mit stärke brunelli wird immer stärker und stärker nur da hat das einen schlechten fuß genommen beim abschluss hätte doch seinen stärken nehmen sollen wäre vielleicht mehr dabei raus gesprungen aber die ersten sechs minuten sind munter heiter also krass und da macht angriffsfußball wir machen angriffsfußball so wie es aussieht könnte eine spannende partie werden und möglicherweise entscheidet das glück dieses mal wer dieses spiel gewinnt oder die individuelle klasse wie es meistens heißt in internationalen fernsehen bis gleich für livorno 15 spiel minute Andrea Ciappellini mit einem geistes blitz mit einer geistes blitz bewegung hier unten ist er unten der ränder in den raum nimmt den ball zieht nach rennen und versenkt die kugel eiskalt genau so Ciappellini genau so die räume erkennen die räume nutzen und dann müssen auch die peste gespielt werden wahnsinns vorlage von wem eigentlich Carlo Brunelli genau da längst der lenke flügel hat es beschert und darum meine ich ja der wird immer stärker darum lasse ich ihn auch spielen natürlich wird sich super auch letzte saison ende letzte saison ist mir das schon aufgefallen dass der junge Echt was drauf hat und die fünf millionen auch wenn sie überbezahlt waren also dann hätte ich sicher für 2,5 bekommen aber der vorstand wollte weiß ich nicht trinkgeld geben ich habe keine ahnung die fünf millionen glaube ich sind trotzdem immer noch gut angelegt Und somit wenn wir auf die tabelle gucken ist livorna tabellenführer und wenn wir auf die anderen tabellen gucken juventus tabellenführer ECDGi da fehlen wir ein paar weil eigentlich fast jede italienische mannschaft in diesem ding tabellenführer ist und livornau ist auch tabellenführer also wir halten die flagge für italien richtig richtig hoch marotta ja die müssen jetzt aufmachen möglicherweise hilft uns dass das wir hier ein richtig gutes resultat einfahren aber das werden wir sehen und ich merke mich wieder sobald es es gibt 2 zu 0 für livornau carlo brunelli mit seinem besten saison spiel in dieser saison und ich glaube generell legt das erste auf und das seite macht er selber und hier unsere kombinationsstärke torrassi und brunelli auch mal mit rechts ja geht ihm auf ball ist drin 2 zu 0 wir machen den gegner jetzt mürbe wir lassen nicht locker ich lasse ich werde die taktik nicht ändern immerhin habe ich ja auch eine verantwortung gegenüber den fans die wollen ja auch tore sehen und die kriegen sie oder auch nicht aber wie geil ist das also bis zum ende der saison werden wir eine truppe zusammen gestellt haben die möglicherweise ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem fenster lehnen aber champions league platz in der liga beziehungsweise in europa auch noch ein bisschen weiter kommen könnte aber ich glaube ich träume da einfach viel zu sehr aber nicht dass das passieren wird aber wie gesagt livornau hat mich seitdem ich hier bin total überrascht was die talente betrifft was die entwicklung betrifft also seitdem ich hier bin läuft eigentlich alles wie geschmiert bis auf den pokal auf dem italienischen das hätte besser sein können aber da werden wir heuer auch glaube ich neue maßstäbe setzen hoffe ich zumindest ja und ich merke mich wieder sobald es gibt so wir sind in der nachspielzeit der ersten 45 minuten und viel hat sich nicht getan für alle statistiker und durch noch mal die statistiken des spiels bis zur ersten halbzeit wir dominieren wir sind klar besser wir haben auch schon zwei tore geschossen haben unzählige chancen die wir noch ein bisschen konsequenter nutzen sollten dachte vielleicht elf meter für uns aber ja nicht dennis ein ticken ist übrigens der schiedsrichter dann gibt es immer noch in diesem spiel wobei ich glaube die schiedsrichter die werden ja nicht älter oder so und erst jetzt durch new chance ich weiß es nicht ich glaube ich nicht war und das war die halbzeit oh maher sollte der schlechteste seinem spiel naja weiß ich nicht anscheinend aber das sieht nicht so aus ganz ehrlich ich bin auf jeden fall erfreut darüber die sollen so weitermachen und wir gehen in die zweite halbzeit ich merke mich wieder sobald es gibt ja ich merke mich mal wieder zwischendurch also viel tut sich gerade nicht bei uns ist es immer wieder am messerschneiden mit einem tor mit einem letzten guten pass der dann wirklich zu einem tor auch führen kann aber war halt irgendwie nicht so und die statistiken sprechen auch dafür gab auch ein paar gute chancen und hätte sports interactive mir hier die wiederholung eingeblendet dann hättet ihr das auch gesehen und so bleiben wir darauf sitzen aber es ist egal ich habe drei wechsel gemacht roberto fontana ist raus und es rein ne rank hatte ist rein brunelli ist rein und was das stimmt ja gar nicht spalek ist rein genau korenti ist rein genau aber der ist raus der ist raus und rank hatte ist rein jetzt ach gott jetzt haben wir es irgendwo hat es da in der grafik gehabert also wir sind in den letzten zügen des spiels viel wird sich wahrscheinlich nicht mehr machen möglicherweise schießen wir noch das 3 zu 0 das wäre wahrscheinlich angemessen ansonsten total unauffällige partie auch des schiedsrichters sehr souverän finde ich richtig gut muss man auch mal dennis alti kind lob schenken torrassi ja 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 das habe ich mir gedacht da hat er zu lange gewartet hätte schon längst spielen können also teilweise teilweise läuft es auch schon richtig flüssig und genial also ja wir brauchen noch ein halbes jahr bis dass wir glaube ich für vorrore sorgen können in jedem stadion dieser welt mal gefährlicher freistoß gefährliches tackling auch am strafraum eck dann lassen wir noch den freistoß und der war gut aber sonst schon passt auf in diesem sinne bis gleich so nachspielzeit in diesem ja europa cup kracher unserer gruppe ich glaube da gehen wir als sieger vom platz auch wenn wir eines noch bekommen könnten theoretisch weil hier der angriff läuft und die werden stärker so die schmeißen alles nach vorne gehe ich mal davon aus rank hat ist wieder da nach einer langen verletzung hier auf der linken verteidiger position schon richtig gute aktionen wieder gesetzt obwohl er noch gar keine spielpraxis bekommen hat auf den freue ich mich auch wieder wenn ich ihn sehen kann im livorno jersey ansonsten wäre eine wunderbare was soll ich sagen teamleistung am heutigen tag jeder hat sich reingehängt jeder wollte sofort die entscheidung wobei immer noch luft nach oben ist also das war ein guter pass und dazu brauche ich eben schnelle einen verteidiger da eine mehr da andere weniger und die wasser dann diese bälle als erste erreichen und da müssen wir hin und da muss ich auch jetzt bei dem transfer gucken dass ich da einen richtig schnellen einen verteidiger krieg das zumindest immer einer von den beiden verteidigern ja am ehesten wieder rankommt an den ball das sollte die challenge werden im transfer herbst beziehungsweise im transfer frühling einen super deal mit irgendjemanden zu machen und dazu muss ich auch meine talent scouts losschicken um mir eben die besten optionen zu sichern da gibt es jetzt möglicherweise noch gelb ja gibt's mal marotta das balleck der auf dieser seite auch für furore gesorgt hat er ist richtig gut der junge korenti ein uhr und das soll es dann gewesen sein oder schiedsrichter deines eitikind was los wenn man noch nicht ja wohl das war's spiel ende und wir haben gewonnen das dritte spiel in folge im europa cup und das ist doch das schöne daran das mache ich später und wir bekommen auch für jeden zieg eine halbe million also das sollte uns eigentlich auftrieb geben und brunelli ja natürlich also brunelli ist mit abstand derjenige der in der letzten zeit richtig an sich gearbeitet hat und das sieht man auch an seinen einsätzen ja neun punkte drei punkte vorsprung auf den zweiten in der gruppe e irgendwas sollte ich euch noch zeigen möglicherweise ja die finanzen kann ich euch noch mal zeigen wenn ihr wollt 34 millionen haben wir auf dem bankkonto liegen und ja es sieht auch so aus als würden wir genügend einmal einnehmen um unsere ausgaben irgendwie in der waage zu halten aber das soll das alles nicht schmälern was ist eigentlich aus ding geworden ich möchte jetzt ganz kurz mal schauen wir haben nämlich haben wir denn bei wen interessiert da wie der agazi wie geht es dem wir gucken mal da kommt nicht zum einsatz da kommt nicht zum einsatz das tut mir leid da wie der agazi das tut mir leid das interessiert mich nicht das interessiert mich nicht Jonathan Adamo gucken wir uns an weil der hat uns auch sehr viel freude bereitet der kommt auch nicht mehr zum zug er kommt auch nicht mehr zum zug schade für ihn dann schauen wir noch eins vor was sollte quillici spielte jetzt in manchester neapel der ist in neapel hat eine u21 em qualifikation gespielt die grandios war ich bin in der serie ja auch regelmäßig so wie es aussieht ja anständig und sieht irgendwie aus wie der glöckler oder wie der heißt das hat mir olaf gezeigt das bild da mussten wir beide lachen recht witzig raimondo raimondo und wird immer nur im europacup eingewechselt ok ja bei uns ist auch nicht so zum zug gekommen das muss man auch dazu sagen das war schon das war schon ein bisschen ja komisch unser bester spieler torrassi dann kam es dann und kuss der verletzt ist warum auch immer er hier so viel wert ist mal sagen muss politiker die von mara dann da wir haben schon starken karte oder was sagt ihr dazu vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss wir sehen uns wir sehen uns wir sehen uns Untertitelung des ZDF, 2020